So, hier sehen wir eine Karte, Kummerower See, Neukalen, da sind wir morgen, Neukalen, von 11 bis 15 Uhr, heute sind wir, jetzt muss ich gucken, Malchin, also hier ist Neukalen, wo wir morgen sind, Kummerower See, jetzt muss ich mal schauen. Hier ist Malchiner See, hier sind wir heute, Malchin, so geht es dann morgen nach Neukalen, und von Neukalen geht es dann, also nicht morgen, übermorgen, dann nach Demin, hier ist noch. Staffenhagen, Kummerower See, Axelshof ist leider jetzt hier nicht drauf. Hier ist noch Pferchen, Salem, und hier ist Kummerower, so und hier, also hier ist Kummerower, und jetzt geht es rüber, hallo, Axelshof. Gottes Segen für euch alle, ist eine sehr geschichtsträchtige Missions- und Evangelisationsreise für mich auch persönlich.